Norddeutscher Rundfunk 2021 Schleuse Kiel-Holtenau, 8 Uhr morgens. Ein Containerfrachter kommt von der Ostsee. Er kommt aus Fredericia in Dänemark und muss durch den Nord-Ostsee-Kanal, den NOK. Per Funk ist die Order gekommen, festmachen in der Nordkammer. Das Schiff ist die Bernhard Schepers. Es gehört der HS-Berederungs-GmbH im niedersächsischen Emsland. Es fährt für den Containerdienst Unifieder. Der Lotse an Bord ist Pflicht. Nick Suermann steigt in der Schleuse zu für die Kanal-Ost-Hälfte. Moin, Kapitän. Moin, willkommen an Bord. Tiefgang 7,10 Meter. Ein deutscher Kapitän, Michael Hornig. Der Erste macht jetzt hier die Wache bis 12 Uhr. Die Schleusung beginnt. Die Bernhard Schepers muss in die Elbe und hat keine Zeit zu verlieren. Der nächste Hafen ist Hamburg, davor der NOK. Gut ist, wenn wir in sieben Stunden hier durchkommen. Das ist eine gute Zeit. Und schlecht ist, wenn wir dann zwölf Stunden brauchen. Hatten wir auch alles schön. Aber sieben Stunden ist eine gute Zeit. Und so ist auch der Plan eigentlich. Bevor es losgeht immer dieselbe Frage. Darf es ein Kaffee, ein Cappuccino oder ein Latte sein? Ja, ein Cappuccino. Dann machen wir das doch gleich. So. Oh. Wie sagt man, Lotsen-Diesel, ne? Gibt sich denn jetzt noch jemanden Kaffee, bevor ich jetzt hier ... Noch einen Kaffee möchten die beiden Kanalsteuerer, die sich bis Brunsmittel ablösen werden. Sie steuern das Schiff, aber der Lotse sagt wie. Er hat noch eine auszubildende Nautikerin dabei. Macht vier Kaffee für die Brücke. Kapitän, ich darf mal vorstellen. Lea Spitzmann, Praktikantin der Lotsen. Willkommen an Bord. Danke. Halbem Semester, dann ist die Ferne. Dann kann sie ja schon selber fahren hier. Der Nord-Ostsee-Kanal zwischen Kiel und Brunsbüttel. 98,6 Kilometer lang, 1895 fertiggestellt, immer wieder ausgebaut. Er hat seine Regeln. Außer einigen sogenannten Langsamläufern fahren alle Schiffe gleich schnell, 15 Kilometer pro Stunde. Die Bernhard Schepers fährt 15 und wird die Begleiter aus der Schleuse also behalten. Vorneweg die Prima Lady, hintendran die Modulus. Es geht zuerst durch die Oststrecke, das holsteinische Hügelland. Auf der Brücke wartet man auf die erste Information der Kanalbehörde, den Sammelanruf per Funk alle halbe Stunde. Der Lotse am Hebel, der erste Steuerer am Steuer. Der zweite legt sich hin. Ja, dann machen wir später. Dann machen wir gute Ruhe. Die Steuerer fahren anders als die Lotsen die ganze Kanalstrecke. Und wieder zurück. Sie brauchen Ruhezeit. Die großen Schiffe haben dafür kleine Kammern. Die Siechem Defiance, ein großer Entgegenkommer. Der Sammelanruf. Eine verbindliche Ansage in knapper nautischer Sprache alle halbe Stunde. Alle Schiffe im Kanal müssen sich danach richten. Alle Verkehrsgruppen. Von den ganz großen, Gruppe 6, bis zu den kleinen, Gruppe 1. Sportboote sind nicht gelistet. Welches Schiff zu welcher Gruppe gehört, ergibt sich aus Länge und Breite. Aber auch der Tiefgang ist wichtig. Die Bernhard Schäpers gehört zur Gruppe 5 mit 7,10 Meter Tiefgang und 152 Meter Länge. Hier kommt der Sammelanruf her aus der Verkehrszentrale des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Brunsbüttel. Zu Kaisers Zeiten waren es zwei. Heute gibt es nur noch einen Ort für Verkehrslenkung auf beiden Kanalhälften. Für Ost- und Weststrecke. Das Herz des NOK. Geplant wird die Lenkung hier und in der Leitung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes gleich nebenan. Nautiker Sven Krieg hat den Überblick über den ganzen Kanal. Als Kapitän ist er weltweit gefahren, kennt den mindestens 600 Kilometer längeren Weg um Skagen. Genauso wie die 100 Kanalkilometer und ihre Schleusen. Sein wichtigstes Hilfsmittel für die Schiffslenkung ist immer noch das gleiche wie vor 100 Jahren. Nur war es damals eine große Wandtafel. Das Weg-Zeit-Diagramm. Auf der linken Seite ist Kiel, auf der rechten Seite ist Brunsbüttel. Dazwischen unterwegs die Schiffe, jedes mit Verlaufslinie. Das Grundproblem liegt da, wo sich die Linien treffen und die Schiffe begegnen. Für zwei große Schiffe zweimal Gruppe 5, wie die Bernhard Schepers, ist der Kanal einfach zu eng. Man kann ganz pauschal sagen, wir haben eine Begegnungsziffer 8. Begegnungsziffer bedeutet, die Verkehrsgruppen werden einfach addiert. Also sozusagen das ganz kleine 1x1. Bernhard Schepers ist Verkehrsgruppe 5. Das heißt, er darf maximal Verkehrsgruppe 3 begegnen. Alles, was höher ist, muss die Begegnung in der Weiche stattfinden. Damit wären wir bei dem Entgegenkommer. Die Sichem Defiance Gruppe 4 plus 5 Bernhard Schepers. Die Begegnung geht nur in den Weichen, den verbreiterten Stellen im Kanal, die grünen Balken auf dem Diagramm. Die Sichem Defiance ist jetzt gerade hier. Und wir, Bernhard Schepers, liegen in der Weiche Schwattenbeck und müssen da ungefähr 20 Minuten warten. Der Nautiker als Begegnungsmanager. Ein paar Zimmer weiter sitzt Kollege Oliver Wilke. Seine Aufgabe liegt im Detail. Er muss sich manche Begegnungen ganz genau anschauen. Etwa wenn es eine Havarie gegeben hat und vor Gericht verhandelt wird. Dafür erstellt er Animationen. Diese hier ist harmlos. Die Bernhard Schepers trifft gerade in der Weiche Schwattenbeck ein. Sie wird schon langsamer. Hier Kierkanal 3 mit dem Sammleranruf um 10.20 Uhr. Die Verkehrslage festwärts. 5 Bernhard Schepers, 10.007,10. Vor-Signal in Schwattenbeck. Die Bernhard Schepers vor-Signal. Sie muss warten. Ende der Durchsage. Und es ist dieses Warten auf den Entgegenkommer, das aus acht Stunden im Kanal dann mal neun macht. Oder elf. Wir warten jetzt auf ein Vierer. Jetzt siehst du, es warten drei Schiffe auf ein Schiff. Wo man sagen würde, wieso, dann wäre es doch besser, die drei würden erstmal weiterlaufen. In Brunsmittel, die versuchen das so, dass sie sagen, okay, wir warten jetzt hier zwar 20 Minuten, das macht nichts. Dafür haben wir später eine glatte Passage mit anderen Schiffen. Und insgesamt wird die durchschnittliche Wartezeit so minimiert für die gesamte Schifffahrt. Die Sportboote und Segler dürfen weiterfahren. Die größeren Schiffe liegen vor den Dalben und warten. Warten auf die Sichem Defiance. Das ist ein relativ kleiner Tanker. Hier sieht er groß aus, aber er ist nicht so groß. Sieht nur so aus. Er fährt im Ballast, wie man sieht. Und wohin könnte man nachschauen, wenn man es wissen will. Will man nicht. Weiche Schwartenbeck beendet. Die Bernhard Schepers kommt jetzt, so schnell es geht, wieder auf die erlaubten 15 Kilometer pro Stunde. Das Team aus Lotse und Steuerer kratzt souverän an 15,5, so wie es die Prima Lady, das Pilotschiff vorgibt. Und nach 15 Minuten sind die vorauseilenden Segler eingeholt. Die Kanal-Oststrecke ist 102 Meter breit. So eng wie nach der ersten Erweiterung 1914. Die Weststrecke ist 162 Meter breit. Sie wurde ab 1965 ausgebaut. Schon wieder wird die Bernhard Schepers langsamer. Warten in der weiche Groß-Nordsee auf die Elena. Hier ist ein kleiner, könnte ja sagen Kymo. Klingt immer so beleidigend. Wäre der Kapitän bestimmt beleidigt, aber ist letztendlich einer. Wissen Sie, wo der hinfährt, müsste man mal gucken, aber ist auch nicht so wichtig. Es geht nämlich noch nicht weiter. Erst nach dem zweiten Entgegenkummer, die Patenburg. Wir fahren ja eben nur fünf Minuten. Das ist eine normale Zeit. Wir fahren ja immer konstanten Speed, damit es kalkulierbar ist. Und deshalb, man könnte natürlich jetzt sagen, wir fahren einfach mal ein bisschen langsamer, würden aber den gesamten Plan durcheinander bringen. Also deshalb fährt man mit normalen Kanalfahrt in die Weiche, wartet da. Lässt sich nur so kalkulieren, anders geht's nicht. Auch wenn der Kapitän Verständnis hat. Groß-Nordsee ist schon die zweite Weiche, in der die Bernhard Schepers wartet. Und nicht etwa die anderen. Halb so wild, sagt der Nautiker. Das ist für die Bernhard Schepers eine gute Begegnung, wenig Verzögerung. Es sind nur zehn Minuten, ein Stopper da geplant. Und auf der Ausstrecke kann man sagen, alles was unterhalb einer halben Stunde ist, ist ganz normal und muss jedes Schiff erwarten. Und damit rechnen. Die Linie der Bernhard Schepers knickt in der grünen Weiche nach unten ab. Stopp. Warten auf die Entgegenkommer. Hier wird jetzt gleich die Bernhard Schepers weiterfahren. Raus aus der Weiche, nach der Begegnung, jetzt. Die waagerechte Linie ist die Zeitachse, alles darunter nur geplant. Die Bernhard Schepers kommt wieder in Fahrt. Der Kapitän hat sich in seine Kammer zurückgezogen. Nicht zum Schlafen, für Büroarbeiten. Schief steigt morgen aus und wenn der aussteigt, will der ausgezahlt werden. Aber ausgezahlt, dazu muss ich wissen, wie viel. Die Heuer für den ersten Maschinisten. Also nochmal Kontakt zum Crewmanagement. Dazu kommt dann immer noch jeden Tag ein Sack E-Mails, die alle beantwortet werden müssen oder und die dann immer ganz dringend sind zum Teil. Und ja, man hat zu tun. Man fährt nicht nur Schiff, Schifffahren machen, sondern eigentlich nebenbei. Inzwischen ist es 11.15 Uhr. Der zweite Steuerer hat zwei Stunden geruht und löst den ersten ab. Viel Spaß. Danke. Nach den großen Begegnungen in den Weichen kommt es im Moment nur zu kleinen. So schlecht läuft es gar nicht für die Bernhard Schepers. Das Ende der Oststrecke ist beinahe in Sicht. Vielleicht hat Unifida ja Glück und das Schiff ist nach acht Stunden raus aus dem Kanal. Es ist noch nicht gewonnen. Auf der Wehrstrecke haben wir zurzeit drei große. Die Heinrich Ehler, fast doppelt so groß wie Bernhard Schepers. Und Frederik, Verkehrsgruppe 5 und Christel Diamond, ein bisschen kleiner, aber immer noch zu groß. Die Begegnung muss geplant werden. Ohne Kaffee geht in der Lenkung gar nichts. An Bord wird um 12 Uhr Mittag gemacht. Der Kapitän mag eigentlich keinen Reis. Und der Koch weiß das. Den kann ich noch mal verwenden. Ich gehe davon aus, dass die Kartoffeln alle sind. Kann durchaus sein, weil wir bekommen morgen Proviant. Aber auch mit frischem Proviant. Der Koch muss eigentlich immer improvisieren. Ja, für seine philippinischen Kollegen und dann für die kapverdischen Kollegen, für die Ukrainer und Russen, die Polen und für mich. Und damit haben wir sie alle genannt. Das bedeutet manchmal fünf verschiedene Gerichte. Oh, hello. That's nice. Can you put it here, please? Lotsen und Steuerer werden auf der Bernhard Schepers mitversorgt. Eine Selbstverständlichkeit für die Reederei. Der Lotse nimmt den polnisch-ukrainisch-deutschen Mittagstisch und wagt eine erste Prognose, wenn Rendsburg in Sicht ist. Gut, wir hatten zwei, eigentlich nur einen richtigen Stopper. Aber jetzt ist die Ankunftszeit auf 17 Uhr, wird sie berechnet im Moment. Und das ist immer noch eine völlig akzeptable Zeit für den Kanal. Wenn es so kommt. Ein bisschen Optimismus zum Mittagessen. Und der Lotse Marc Reis. Ist mir gut. Philippinischer Koch. Sieht man, schmeckt man. Alles gut. Von den zehn Brücken über den Kanal sind nur zwei aus der Kaiserzeit. Mit der Eisenbahnhochbrücke von 1913 und den beiden Tunneln für Fußgänger und Autofahrer ist Rendsburg die heimliche Kanalhauptstadt. 42 Meter lichte Durchfahrtshöhe ist Standard für die Brücken und auch nach 120 Jahren ausreichend. Hier könnte die Bernhard Schäpers also um 17 Uhr eintreffen, in der Schleuse Brunsbüttel. Sie bekommt jetzt in der Verkehrszentrale erst einmal einen anderen Ansprechpartner. Den Verkehrslenker West. Hier ist Keykanal 2 mit dem Sammelanruf um 13 Uhr. Es ist viel rationalisiert worden im Kanal. Die Trennung in Ost und West bleibt. Wenn man beide Seiten zusammen lenken würde, wäre die Arbeitsdichte aufgrund UKW-Kanäle und Lenkungsmaßnahmen viel zu viel für einen. Man macht Konzentrationsfehler nachher. Muss nicht sein. Die blaue Linie ist beinahe die Mitte des Kanals. Das ist der Kreishafen Rendsburg und direkt links davon an der linken Seite ist die Hochbrücke Rendsburg, die Eisenbahnhochbrücke. Und genau da ist jetzt die Bernhard Schäpers. Ja, auf der Weststrecke haben wir noch mehrere große Entgegenkommer. Und da ist noch ein großer dazugekommen, die York. Ja, da haben wir noch zwei große, Frederic und Crystal Diamond. Und die nächste Begegnung ist dann mit der Heinrich Ehler. Ist jetzt gerade im Bereich Oldenbüttel. Und dann kommt westwärts die Bernhard Schäpers. Noch ist nicht sicher, dass sie glatt durchkommt. Verzögerungen sind immer noch zu erwarten. Die Verkehrslage westwärts. Fünf Bernhard Schäpers über 10.00, 7.10 Meter. 13.11 Uhr. In der weiche Schülp hat die Bernhard Schäpers erstmal freie Fahrt. Die York ist jetzt eingelaufen in Dükkerswisch. Ende der Durchsage. Der Nordostseekanal hat 37 Zuflüsse. Der größte, die Eider, fließt in den und aus dem Kanal. Durch den Bau ist der Fluss erheblich verändert worden. Lotsenwechsel. Der Lotse für die Weststrecke kommt. Er hat schon ein Schiff hinter sich. Den Hinweg von Brunsbüttel bis hier, bis Rösterbergen. Der Lotse für die Oststrecke wird das Schiff verlassen. Ja, horny. Moin, willkommen. Moin. 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 Fünfeinhalb am Hebel, linkssträtsel, hochschalten, zuschalten, eben in den Schlüssel. Ja. Alles gut. Gut, alles gut. Kapitän, guten Tag. Ja, schönen Tag. Schönen Rücktour oder schönen Treierabend, je nachdem. Und weiterhin viel Erfolg. Danke schön. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo. Die zweite Hälfte des Arbeitstages beginnt. Das Schiff zurück ist schon unterwegs. Ein Arbeitstag, das heißt genau wie für den neuen Westlotsen zwei Schiffe zwölf Stunden. Also zwölf Stunden ist eine grobe Schätzung. Freizeit zur Zeit liegen wir so bei 30, 36 Stunden zwischen den Einsätzen an Freizeit. Die Lotsen sind in zwei Brüderschaften organisiert. Es gibt 142 Westlotsen und 179 Ostlotsen. Sie müssen auch bis Lübeck fahren können. Wie sieht es mit dem Kaffee aus? In welcher Form? Cappuccino? Schwarz? Ich nehme Kaffee mit Milch, bitte. Kaffee mit Milch. Einfach so einen schwarzen Kaffee mit Milch. Ja, genau. So was Simples. Na gut. Mit seinen Büroarbeiten ist der Kapitän durch. Seit sechs Uhr ist er auf den Beinen und würde sich gerne hinlegen. Eigentlich soll er im Kanal zur Ruhe kommen. Vor Hamburg oder Bremerhaven. Die verantwortlichen Tätigkeiten eines Kapitänen? Kaffee kochen. So, wir haben Glück, dass kein Seegang ist, weil der Kaffee ist nämlich randvoll. Ja. Randvoll und heiß. Ja, vielen Dank, Kapitän. Bitte, bitte. Ich verabschiede mich. Ja. Sie sind da schon mal durchgefahren, Sie kennen das, ja? Genau. Wir sehen uns vor, Brunsbüttel. Alles klar, 36 ITA. Bis der Ende. Jo, danke. Tschüss. Wenigstens noch zwei Stunden gute Ruhe, während die Landschaft flach wird. Und der Kanal 162 Meter breit. Er hat jetzt kaum noch Kurven auf seinem Weg zur Nordsee. Auf der Nordwestseite kommt Dithmarschen in Sicht. Im Süden die Harler Wiesen und Moore. Und die nächste Weiche. Der Lotse muss wieder ganz außen in der Nock steuern, damit er sieht, wo das Land anfängt. Die Weiche Oldenbüttel, wieder mit Dalben zu beiden Seiten. Lotse und zweiter Offizier warten hier auf die angekündigten Großen, Frederic und Crystal Diamond. Bei Schlechtwetter könnte man das Schiff an diese Dalben legen. Also das könnte man machen, ja klar. Aber ich versuche es eigentlich zu vermeiden. Sie sehen ja selber, wie der Zustand zurzeit hier in der Weiche ist. Ist aber auch gar nicht nötig. Die Entgegenkummer sind schon da. Also hier ist jetzt unser kleiner Konvoi westwärtsgehend. Begegnet sich in der Weiche Oldenbüttel mit den auswärtsgehenden Verkehrsgruppe 5 Frederic und Verkehrsgruppe 4 Crystal Diamond. Eine glatte und problematische Kreuzung. Gute Lenkung. Im Grün der Weiche getroffen. Keiner muss stoppen. Wir gucken immer, dass das auch über den gesamten Fahrtverlauf das Optimum ist. Wir bemühen uns. Das Optimum zu 100 Prozent kriegt man natürlich nie hin. Die beiden Entgegenkummer etwa brauchten in der letzten Weiche Geduld. Ja gut, die haben Stunde 20 Minuten in Kudensee gehabt, die beiden. Verkehrslenkung ist immer auch eine Ermessensfrage. Hier ist Giganal 2 mit dem Sammleranruf um 14.15 Uhr. Die Verkehrslage ostwärts. 5 Frederic über 14.000, 8,40 m. 4 Crystal Diamond über 7.000, 8,50 m. Breiholzfreie Fahrt. Gruppe 4 York über 9.000, 7,30 m. Fischerhütte 14.13 Uhr. Oldenbüttel Breiholzfreie Fahrt. Gruppe 5 Buditscher über 28.000, 7,50 m. Von der Buditscher war bis jetzt noch nicht die Rede. Eine Überraschung. Großes Schiff nie gehört. Die Bernhard Schepers erreicht die weiche Fischerhütte. Westwärts Gruppe 5 Bernhard Schepers über 10.000, 7,10 m. Die York hätte schwierig werden können. Aber man ist sich in der Weiche begegnet. Gute Lenkung. Es läuft immer noch wie am Schnürchen für die Bernhard Schepers. Und die Landschaft verändert sich gerade zum letzten Mal. Die Hala-Wiesen gehen über in die Wildster Marsch. Keine zwei Stunden mehr, wenn es so weiterläuft. In der Weiche Dükkers wischt dann der unbekannte Große. Ein Passagierschiff. Es muss warten. Die Bernhard Schepers hat freie Fahrt. Der hatte einfach, ich sag mal, etwas ungünstige Abfahrtszeit. Und dann hab ich mich so entschieden, ihn liegen zu lassen, damit die Bernhard Schepers laufen kann. Einer muss laufen, einer muss liegen. Sie können sich nicht überall begegnen. Die Buditscher liegt da eine Stunde fünf Minuten. Die gucken sich die schöne Landschaft von Schleswig-Holstein an. Die Buditscher, eigentlich Budika von einer britisch-norwegischen Reederei, kann ihre Fahrt endlich fortsetzen. Mit mehr als 300 Mann Besatzung und mehr als 800 Passagieren. Die Bernhard Schepers hat zwölf Mann Besatzung. Hochdonn, die letzte Brücke vor Brunsbüttel. Das gibt ein Cappuccino jetzt. Ein bisschen Büro gemacht. Aber dann auch schön geschlafen. Also bestimmt zwei Stunden auch geschlafen. Der Kapitän, zurück auf der Brücke, will den Schleusenplatz wissen. Werner Scheepers. Werner Schepers. Der letzte neue Nordsteuerwort sei de. Der letzte neue Nordsteuerwort, bedankt. Neue Schleuse Nord – ohne Wartezeiten. Soll eigentlich so klare Schleuse bei Ankunft geben. Ja, das ist doch gut, ne? Für Brunsbettel ist das hervorragend. Nichtsdestotrotz, ich übernehme den ganzen Krempel, meinen Anlock, ne? Zack, Ruder ist egal, da haben wir zwei, den machen wir mal an. Die Einfahrt in die Schleuse ist das erste Manöver, das der Kapitän nach der Kanalpassage wieder selbst fährt, wenn er will. Brunsbettel, die Industrie auf der Kanalsüdseite, dahinter die Elbe. Und das Schleusentor ist tatsächlich schon geöffnet. Es läuft weiter glatt für die Bernhard Schepers. Der Kapitän wird in der Schleuse anlegen. Die letzte Kanalfähre. In Brunsbettel und Rendsburg ist am meisten Fährbetrieb. Das sind teilweise Kamikaze-Fahrer, aber die kennen ihr Schiff auch und wissen, was geht und was nicht geht. Sollten wir jedenfalls hoffen. 14 Fährstellen gibt es seit dem Bau des Nordostseekanals. Die Nutzung der Fähren ist kostenfrei. Vorfort haben immer die Schiffe, die das Fahrwasser nutzen. Nicht die Fähren, die es queren. In der Verkehrszentrale des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts ist die Bernhard Schepers über fast 100 Kilometer gelenkt worden. Jetzt könnte man sie dort auch sehen, wenn man wollte. Außer den Verkehrslenkern arbeiten hier auch die Schleusenmeister. Sie haben dem Lotsen per Funk die Kammer zugewiesen. Die Schleusenmeister arbeiten dann nach dem Prinzip FIFO, First In, First Out. Das heißt, das Schiff, was als erstes kommt, kommt auch als erstes in die Kammer. Kann natürlich sein, in Absprache mit den Lotsen und in Abhängigkeit vom Wetter, also sprich zum Beispiel Wind oder so, dass die Reihenfolge geändert wird. Aber das machen die Schleusenmeister selbstständig. Ein letzter Blick auf die Weg-Zeitachse der Bernhard Schepers. Hier hatten wir einen Stopper in der Weiche Schwattenbeck. Da hatten wir eine kurze Aufstoppung, zehn Minuten, in der Weiche Großnordsee. Dann einen glatten Gang durch den gesamten Kanal. Hier hat einer gewartet. Hier haben zwei etwas verzögert. Bis hin zur Schleuse Brunsbüttel. Mit Einfahrt in die Schleuse hat der Bernhard-Schepers-Konvoi den Kanal verlassen. Sven Krieg räumt auf. Und das interessiert mich alles nicht mehr. Die sind weg. Die stören mich alle nur noch. Dabei hat die Bernhard Schepers noch nicht einmal festgemacht. Um 16.40 Uhr ist es soweit. Eine halbe Stunde rechnet der Kapitän für die Schleuse. Die Steuerer gehen als Erste von Bord. Sie melden sich im Vereinsheim und nehmen die nächste Passage zurück. Kapitän, bedankt. Bis zum nächsten Mal. Wir werden uns dann wiedersehen. Danke schön. Tschüss. Der Lotse hat Hin- und Rückweg hinter sich und jetzt Feierabend. Also mit Traumdebaut acht Stunden, bis wir drin sind und so weiter, war das eine gute und schnelle Passage. Definitiv. Aber noch ist die Bernhard-Schepers in der Schleuse. Tja, da könnte jetzt der Vordermann zum Beispiel noch ein Problem kriegen oder das Schleusentor würde ein Problem kriegen. Geht nicht mehr zu nachher, aber das sind so Dinge, die wir mal ausschließen wollen. Wir denken ja positiv. Wir machen natürlich nichts falsch. Bei uns sind wir alles in Ordnung. Ist ja klar. Das Schleusentor zum Kanal geht zu und der Vordermann, die Prima Lady, hat bis jetzt kein Problem. Vielleicht 15 Stunden hat die Bernhard-Schepers gespart im Vergleich zur Route ums Gagen. Wenn man bei schlechtem Wetter draußen rumfährt, durch den Kanal, hat man eine relativ ruhige Zeit. Ist ja auch ein Faktor für viele, nicht nur der finanzielle Faktor, außen ums Gagen zu fahren, sondern auch bei schlechtem Wetter die Sache hier drin abzuwettern. Die Prima Lady fährt als erste auf die Elbe. Die Zweckgemeinschaft, der Konvoi aus drei Schiffen, ist ab sofort aufgelöst. Ungefähr viereinhalbtausend Euro hat die Passage für die Bernhard-Schepers gekostet. Ein Drittel für die Behörde, zwei Drittel für Lotsen und Steuerer. Die Kosten für 30 Tassen Kaffee, nicht mitgerechnet. In spätestens vier Stunden liegt sie unter den Hamburger Containerbrücken, dann Bremerhaven. Und in zwei Tagen ist die Bernhard-Schepers wieder im Nadelöhr-Nordostseekanal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017